moin moin matrosen hallo und herzlich willkommen zu einem neuen teil world of warships heute immer noch mit dem kleinen zerstörer g101 und damit dabei von der partie ist natürlich auch wieder marcel marcel fährt auch noch seinen zerstörer in der tier 2 von den russen den namen den kann man ja kein mensch aussprechen ihr wisst schon will ich meine ja wir fahren deshalb noch einmal zerstörer weil marcel kurz davor ist sein tier 3 zerstörer freizuschalten und ich sammle einfach ein paar xp ich bin ganz zufrieden mit dem schiff hier ich mache gute erfolge habt ihr in den letzten folgen ja gesehen und dann würde ich sagen gehen wir mal rein ins gefecht bis gleich so da sind wir wieder marcel hat leider gerade ein paar technische probleme er ist moment leider afkar aber er steht gut geschützt hinter der insel erstmal nicht schlecht connection problem oder was hast du ja 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 von dem symbolen bin aber wieder da ah ok scheiße wir verlieren b ja aber b keiner mehr ist angst ich nicht die gegner ist so es ging ja 6 punkte ja gut im 1 zerstört noch ein von den kleinen das sehr gut ich werde jetzt hätten auf die svetlana gehen gucken ob ich da irgendwie ein paar topp das platzieren kann was er nicht auf mich schießt also schießt nicht auf mich jetzt kann ich auf die svetlana schießen ein bisschen hoch so richtig heftig schaden gibt du stehst ja mittendrin wieder ohne deckung ja ich merke es gerade vollgas boost nehmen und rauch zünden und die verstecken rauch zünden kann ich nicht habe ich ja hinten schon irgendwo oooooh das kann doch nicht wahr sein bin down so was von down sieht nicht gut aus wie dich äh eine kugel noch bis dort na toll jetzt habe ich auch noch einen maschinenausfall ich habe einen maschinenboost aktiviert schon mal keinen ausfall ja und ich bin wieder mal down schade also hoch für mich die vorne ist in der ne alter die kriegt das richtig ja sowas wie los scheiße ich schieß voll daneben alter an den hat sich mal richtig zerfetzt boah er ist auch tot oh die keiler schießt oh mhm 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 schlachtschiff kriegt das immer besuchen ein paar torpedos ich versuche hier zu drehen aber die wissen immer noch wo ich bin oh ja du musst noch nicht in deinem nebel drin ne wo ich da so eine riesen kurve gelegt habe ich mich tot in dem nebel drin na ich bin tot ich kann jetzt auch keine torpedos da hin hinjagen mhm deine torpedos gehen leider vorbei er hat vor er hat einfach nur umgedreht jetzt sieht er mich wieder ja dein nebelschval ist weg aber ich kann ihm na das war nix das war nix das war nix nix wir sind gut am gewinnen jetzt holen wir uns mal noch ein paar punkte hier schöne treffer er schießt nicht mal auf mich haben wir in brand gesetzt treffig oder treffig oder treffig du triffst der einziger perfekt für mich jeder habe das war da alles gekriegt oh ich hab getroffen einen zumindest mal gucken wir ein bisschen näher komm vielleicht krieg ich ihn eindrücken ja das war auf jeden Fall ne ganz dumme idee von ihm ich glaub der ist vorher down das war auf jeden Fall ne ganz dumme idee von ihm hinzufahren ich glaub das hat er jetzt auch eingesehen ich hab ihn getroffen ja haben gleich gewonnen ach wirklich also guck mal wie die mir den punkten untergegangen sind hm aber wir müssen den trotzdem versenken ooooh Schlachtschiff wo neben mir wir haben gleich ich hab ihn in brand gesetzt oh das war knapp das könnte sogar meiner werden wenn ich ganz viel glück hab ich hab ihn wieder in brand gesetzt er repariert gerade das Problem ist ich sehe ihn jetzt nicht mehr oh fuck er ist tot down von der Kongo aber nicht von mir so jetzt haben wir keine Gegner hier hm ja jetzt müssen wir hochfahren ja nachher entstehen nämlich noch ein Schlafschiff gut gut ich werde jetzt erstmal noch kein Cut machen weil wir haben noch 53 Punkte zum Sieg vielleicht passiert es jetzt in den nächsten Sekunden wenn einer versenkt wird nein es muss ja nur einer versenkt werden von den beiden der eine der einen der eine sitzt da hinten in der Insel der hat in der Insel geparkt warum er da geparkt hat und der andere fährt da ganz links und da fährt ein Zerstörer und zwei Kreuzer und ein Schlachtschiff hin ich werde mir jetzt das Schlachtschiff da hinten krallen das fährt da hinten in der ja hat er schon ein Torpedo also ein Zerstörer ist auch schon da hm mal gucken ob ich da noch hinkomme gib Vollgas hast du endlich du lebst noch ne ah ja du hinten noch volles Leben ich habe bisher 15.300 Punkte ach da ist eine Kongo die frisst jetzt mal ein paar Torpedos oh unser Zerstörer ist tot alles klar jetzt haben die Mittelfahrt schon wieder 103 Punkte wir haben die jetzt 103 Punkte gemacht ach so ja klar die haben ja gerade den Zerstörer versenkt dumm Kopf ey oh oh der ist auch richtig Torpedos gefressen nur ein halbes Leben ich kann gleich schießen gleich dicht genug dran die Kongo schießt schon ne ja das ist doch schon rüber ich kann nochmal so einen Nahjahren machen ja ich denke mal eher nehmen wir die Basis ein 17,4 noch ach der ist ja ganz nach ist noch eine Insel dazwischen okay aber ich kann gleich schießen 16,8 16,7 ich schieße aber schon mal 16,5 mal gucken ob ich treffe getroffen 16,2 und boah bei weit nicht ne ah die Kuhlen brauchen 11 Sekunden bis sie da sind oh der war schon mal dichter dran oh der schießt auf mich egal eine salbe kann ich ja der trifft mich hier nicht oder doch er trifft mich ja jetzt habe ich ihn auch getroffen boah brennt ja aber das fand ich ich ja jetzt man knapp davon eben steht jetzt fast ne oh jetzt habe ich nochmal getroffen er fährt doch in die Wand rein der fährt jetzt gleich in die Wand rein ja der fährt doch voll rein der steht gleich wir hobern die Basis wir haben gleich gewonnen der kann wahrscheinlich der brennt so lichterloh der kann wahrscheinlich gar nichts mehr ach scheiße ich werde ihn nicht kriegen er ist vorher tot oder meine Kugeln könnten wenn sie genau treffen oh ich habe nochmal Brand gesetzt ich weiß jetzt nicht ob es mein Kill ist war die Phoenix ah scheiße Kacke na gut 54.000 Credits 728 Punkte 16.215 Schaden ist nicht gut aber wir haben gewonnen hey viermal Brand gesetzt gut Teamwertung war aber nicht ganz so gut naja wir haben auch nicht so viel gemacht ne jo gut würde ich sagen wenn euch die Folge gefallen hat lasst ein Daumen Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal bis denn tschüss tschüss